Wir leben in einer gefährlichen Welt. Die Götter, die sie schufen, sind fort. Sie hinterließen Geräte, die unsere Welt ziellos neu formen. Diesen alten Relikten liegt eine rätselhafte Kraft in, die Hymne der Schöpfen. Doch die Hymne lässt sich nicht kontrollieren. Um zu überleben, erfanden unsere Ahnen die Javelins und errichteten feste Mauern. Heute obliegt es einer Gruppe aufopfernder Helden, sich dem Chaos zu stellen und für unser Überleben zu kämpfen. Wir sind Freelancer. Wir stürzen uns in die Gefahr, retten die Verlorenen, bezwingen Monster und dämmen die schrecklichen Kataklysms der Hymne ein. Doch, nicht alle Kataklysms sind gleich. Und selbst Freelancer fürchten sich vor der unbändigen Macht der Hymne. Wir sind da. Näher kommt die Läufer nicht ran. Stimmt. Dann müssen wir wohl fliegen. Herrlich, hast du gehört? Ja. An alle Teams. Und Krypto an die Verstärker. Los geht's. Freelancer, wir sind noch weit entfernt vom Kinotarf und der Sturm ist schlimmer als angenommen. Okay, näher kommen wir nicht an das Zentrum, ohne dass der Läufer in Stücke gerissen wird. Los geht's Freelancer, Harnzüge an! Wie verrückt wird die Sache? Keine Ahnung, hab noch nie so einen großen Kataklysms gesehen. Langsam, Faye. Ohne unseren Krypto überlebt das keiner von uns. Passt auf euch auf da draußen. Denkt dran, wir sind ein Team. Ich bin direkt bei dir. Oh, direkt bei mir. Okay, Freelancer. Du bist vielleicht neu, aber du wärst nicht hier, wenn du es nicht drauf hättest. Hey, hör auf, was ist? Wartet ihr, bis alles vorbei ist? Los! Ah, ich dachte, du brauchst einen Vorsprung. Okay, wir sehen uns dann bei Kenotar. Okay, Leute. Verhindern wir, dass dieser Kataklysum weiter wächst und alles tötet. Ich weiß es nicht, Halleck. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Passt mal auf. Ich wäre nicht hier, wenn ich Angst vor diesem Sturm hätte, klar? Das Herz des Zorns ist nichts anderes als eine weitere Gestalterruine. Es ist nur größer. Das ist unser Job. Also gehen wir rein und nehmen es mit den Gruselkreaturen auf, die es uns entgegenspuckt. Und zähmen das Ding zusammen. Ah, das stimmt. Ja. Bereit, Chavelin 1. Oh, bereit. Allein stark. Einst am stärker. Ob der der Stopp- Stopp da auch braucht? Übernimm den kleinen, oder was du? Jetzt sehen wir das Video mal ganz, oder was? Ja. Achtung. Fertig. Los. Teams, bitte melden. Ich höre dich, Fail. Ab und halt weg. Ja, der ist total, ich ist stabil bis jetzt. Der Sturm wird schlimm. Ich versuche eine ruhige Zone zu finden. Sagt Himmela. Deine Herzfrequenz ist zu hoch. Alec, bitte melden. Ab zu tun, Amy. Ich meine, ich riecht an mich. Tee, unser Grünstab ist an ein Y-Bahn geraten. Freelancer, du hast überlegt. Aber dein Javelin braucht einen Neustart. Ich fahre die Systeme wieder hoch. Initiiere Stimmerkennung. Weiblich oder mindlich mit einem mindliche Stimme. Faye? Faye, kannst du mich hören? Einwandfrei. Es war ein übler Sturz. Wie geht's dir? Erinnerst du dich an die Mission? Ich glaube schon. Ich glaube eh nicht. Du bist in einem Katakrysm, einem starken Sturm, das Herz des Zorns. Du musst ihn in seinem Lichelfont beruhigen, indem du den Kero-Traf einsetzt. Okay. Ich glaube schon, ne? Dein Team entschließen. Dein Anzug ist immer noch kritisch. Schnapp dir ein Reparatur-Kit, wenn du kannst. Du hast einen ziemlichen Anstieg vor dir, um aufzuschließen. Herrlich? Erst auf den beiden und unterwegs zu euch. Wie sieht es aus bei dir? Voraussichtliche Ankunftszeit? Keine Ahnung. Ich bin auf der Beispiele, ich muss da. Nicht mehr weit, nur noch. Oh, nein. Entschuldigung, kann nicht reden. Gleich wieder da. Was ist los? Schick, sieh dich mal um. Nein, vergiss es dir. Lässt du hin und lässt. Gut. Jetzt hast du wenigstens keine Anträge. Team, der Krüfterverläufer 2 ist raus. Komm, mal kurz. Seine Läser fliegen also blind. Vergiss das, Hellig. Hier ist ein Titan. Heilige Scheiße. Müller. Kühlkopfberat. Maschinen. Ich habe. Ich bin unterwegs. Dranbleiben, Leute. Wir sind ein bisschen unterwegs. Trümmer versperren in dem Weg. Oh. Überreste eines Dominikennläufers. Komm an. Team, Update. Es läuft nicht gut. Viele Tote. Freelancer am Boden. Krypto im Koma. Koma. Weil sie die Hymne gehört haben. Wie geht es dir, Faye? Alles okay? Noch. Aber ich höre sie auch. Was ist zum? Hey, Miller! Ich habe deinen Titanen gefunden. Dieser Cataclysm-Herr schafft sie massenweise. Faye? Bist du noch da? Ja. Da sind Freelancer außer Gefecht voraus. Sie senden Notsignale aus. Das sind die Verläufer zwei. Ihre Jevenants müssen repariert werden. Bring sie in Bewegung. Hey! Wie geht es dir? Sag du mir. Alles düster. Ich muss wieder raus. Hey! Ich bin außer Gefecht. Kannst du mich sehen? Ich bin außer Gefecht. Ich bin außer Gefecht. Ich hab dich Freelancer. Wir müssen's versuchen. Ich hab mich um alle drei Freelancer gekümmert. Und jetzt? Kämpf dich weiter zu deinem Team vor. Wie lang? Welche Richtung? Ich hab oben auf der Brücke einen Titan. Lass ihn dort. Wir haben hier oben auch einen. Sie sind hier. Ich muss außen herum gehen. Wo lang fest? Hey! Vergiss es! Der Titan hier hat gerade die Wand durchbrochen. Jetzt darf ich keine Abkürzung. Wir brauchen wirklich deine Hilfe! Alles klar! Ich bin unterwegs! Wie nah bin ich weg? Hey! Adele! Geh auf deine Linke! Die Hymne! Sie will mich aufnehmen! Dir zeigen! Hey! Reiß dich zusammen! Was hast du vor uns? Oh! Tut mir leid! Ähm... Das ganze Team von Meufa 3 ist weg! Miller! Fall zurück! Wir versuchen nicht zu vergehen! Beeil dich! Wo bleibst du? Ich geb mein Bestes! Ich schwör! Das ist alles nicht richtig! Alles ist aus! Komm zurück! Rückzug! Ich... Ich... Beeil dich! Ich bin nicht unglücklich! Unglücklich! Faye! Müssen wir zurückfallen? Uns geht es gut! Grünschnabel! Da bist du ja! Komm her! Faye befiehlt den Rückzug! Wir schaffen das! Ich bin pasta! Team, ihr müsst euch zurückziehen. Nicht gut. Er ist tot. Es tut mir leid. Dieses Ding wird erledigt. Los! Ab dir! Nein! Geht zurück zum Läufer. Die Mission ist vorbei. Ich schaffe das. Sieh dir das anfangen. Wir müssen den Pedotarf eindämmen. Bitte. Ich habe kaum noch die Kontrolle. Rückzug ist keine Option. Nicht jetzt. Wir haben den Wasser. Wir müssen hier raus. Nein. Wir müssen weiter. Wir sind als einzige übrig. Denk an Miller und an der. All die anderen. Sei kein Feigling. Ich bin kein Feigling. Nein! Du willst weiter voran, bis ich tot bin? Bis wir beide tot sind? Wo? Wo kommt das auf einmal her? Geh hier. Hey, wir kommen zurück. Gib es auf, Herr. Wir ziehen uns zurück. Hey, du holst mich hier raus, du Grönschnabel. Beim Versuch, das Herz des Zorns einzudämmen, verloren wir mehr als nur Freelancer, Freunde und Kameraden. Wir verloren das Vertrauen der Menschen. Die Freelancer gingen fort, um sich woanders verdient zu machen. Die wenigen, die blieben, kämpften, suchten neue Verbündete. Sie versuchten, Menschen zu helfen, für die Freelancer keine Helden mehr waren. Zwei Jahre danach. So, ich hoffe, die Audioprobleme sind weg. Oh, wie süß. Ja, ich hoffe, die kleinen Audioprobleme sind jetzt weg. Zum Beholen. Großer Auftritt, wie immer. Danke für das Kompliment. Oh, nur nicht so bescheiden. Ich kenne keinen besseren Freelancer als dich. Kein Wunder, kommen wir von uns übrig. Das will jetzt nicht direkt weg von hier. Leichter Auftrag bisher. Leicht hält dich am Leben. Jeden Monat Sension zu überprüfen, würde ich nicht unbedingt Leben nennen. Ah, weit für Sandwiches. Das ist nicht gerade das Motto der Freelancer. Naja, bis die Freelancer wieder auf den Beinen sind, können wir Bastions wunderschöne Aufsicht genießen. Herumzufliegen ist sogar noch toller. Hm. Jetzt bin ich neidisch, weil ich hier im Forum hocken muss. Die Koroks sehen heute angriffslustig aus. Solange sie sich auf Pflanzen beschränken? Ähm. Oih 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 oih. Oih oih. Oih oih. Ich weiß nicht, ob es dafür auch EP gibt, dass man schon ein bisschen mehr hochlabelt. Gibt es überhaupt was zum Einzelnen noch? Im Dschungel findet man immer nützliches Zeug. Au, ich habe gerade geblückt. Immerhin wollte er dich bisher nichts fressen. Nicht wie bei dem Auftrag in Dunkelforst. Da ist das Heli. Es muss neu gestartet werden. Was ist denn? Da drüben. Süß. Oh hey, Klauninchen. Beschäftigt mit Klauninchen-Dingen. König? Ich dachte, die lesen mir das jetzt alles vor. Das wäre natürlich Spaß gelesen. So. Oh. Damit müsste das Frühwarnensystem wieder funktionieren. Okay, das war's. Jetzt musst du die Sensoren manuell überprüfen. Der erste ist ganz in der Nähe. Nimm lieber ein paar Vorräte mit. Ähm. Können Sie netzlich sein. Auf der Welt. Die Todeslichthöhlen. Die tragen ihren Namen zu Recht. Das Licht höhlen können. So, was ist das? Warte, vergiss den Sensor nicht. Die Position ist markiert. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen, was wir noch können. Das ist nichts, ne? Da sind aber Knochen. Minerale, Minerale. Bleib in der Nähe, damit ich Gestalterenergie messen kann. Moment mal, da bewegt sich was. Sieht wie Skopeldone aus. Die Skopeldone sind aufgewühlt. Wann sind sie das nicht? Hatten vermutlich schon länger keinen frischen Freelancer mehr zwischen den Weißern. Tja, heute haben sie Peck. Haha, sag das denen mal. Halt sie durch. Ich hab immer noch keine Daten. Ich bin mal gespannt auf wann wir dann im Koop spielen können. Weil dann sind wir auch wieder zu dritt oder zu viert. Die mit denen? Rowan! Absprich! Ist klar, die Misswerte kommen an. Ähm... Was? Sie sind überwiegend normal. Überwiegend? Das ist ein Frühwarnsystem. Wenn es etwas erfasst... Ja, keine Anzeichen für Gestalterenergie. Auf zum nächsten Sensor. Auf, voll dir ist dein Wasserfall, falls du deinen Anzug abkühlen willst. Ja, ich guck bloß immer mal nach Ressourcen. Praktisch, wenn es mal brenzlig wird. Du näherst dich dem nächsten Sensor. Überprüf das mal für mich, ok? Hallo, Kaninchen. Kann man nicht einsammeln. Erstmal mal gucken. Gibt's nichts. Wartet auch, bis ich Misswerte habe. Immerhin keine Spur von Skorpedon. Die sind heute aggressiv. Oh, und was ist hier los? Wieso hauen die Vögel alle ab? Ich arbeite dran. Ich hab Messwerte. Nicht gut. Mögliche Gestalterenergie entdeckt. Auf zum nächsten Sensor. Wir können das eingrenzen. Die Vögel hatten vielleicht die richtige Idee. Die Wäsche sind so, was passiert. Wie schlimm könnte das hier werden? Du warst doch im Herz des Zorns, oder nicht? Keine gute Erinnerung. Siehst du die Ruin? Man erzählt sich, dass ein Gestalter-Relikt die Schwerkraft einen Tag lang umgekehrt hat. Naja, nicht so lange ich Schicht habe. Der letzte Sensor ist in der Nähe. Von Wyvern umkreist. Ich sehe sie, diese Feuerspucker. Wir brauchen immer noch eine Messung. Gib mir kurz Zeit für eine Messung. Aufgepasst! Du hast noch mehr Wyvern am Hals. Heute haben auch echt alle miese Laune. Das könnte hier gut gesiegt sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, dürfte keiner mehr kommen, wa? Jedenfalls. Und dann? Ähm... Das siehst du dann. Du wasserdichte Versiegelung, Held. Soll ich noch mehr Freelancer rufen? Keine Zeit. Wir können nicht riskieren, dass es schlimmer wird. Dann mal los. Gestalter, Rudi. Wir sind auf der richtigen Spur. Scheint, als müssten wir das mit Echos öffnen. Mit sowas hatte ich schon mal zu tun. Sieh dich nach schwebenden Lichtern um. Das sind die Echos. Schnapp sie dir und bring sie zur Tür. Dein Javelin kann drei gleichzeitig tragen. Das ist es. Ein Fragment der Hymnen-Energie ist doch... Es funktioniert. Obwohl dir nur ein Archanist sagen kann, warum. Du brauchst noch mehr Echos. Na? Allmählich hast du den Dreh raus. Du brauchst noch mehr. Ich hab eins. Dein Anzug kann nur drei gleichzeitig tragen. Bring die hier zur Tür. Und das hast du schon gesagt. Okay. Eins fehlt noch. Da. Das sollte reichen. Sehen wir mal, ob das die Tür öffnet. Aha. Es hat geklappt. Wir sind drin. Das ist selbst für eine Gestalterruine beeindruckend. Wozu dient das hier? Um einen Berg aufzufalten. Ein Heer auszuheben. Bring eine neue Monstrosität ins Leben zu rufen. Es muss einen Grund für all das hier geben. Das ist das Rätsel unserer Welt. Und dieses erwacht gerade. Ich empfange starke Energie von weiter drinnen. Jemand anders hat es hierher geschafft. Scheint jedoch nicht wieder raus. Hm. Das scheint anscheinend Hitze abzulegen. Dieses Ding. Was ist das hier? Kein Schimmer. Sieht schmerzhaft aus. Diese Ruine gibt es in keinen Aufzeichnung. Vorsicht. Wenn du zu viel davon kassierst, wirst du überladen. Verdammt. Jevelin ist überladen. Nein. 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 Ich versuche einen Neustart. Halt durch. Oh, gut. Ist nur Wasser. Oh, äh. Kontrolle wieder hergestellt. Du bist wieder im Spiel. Da oben ist das Relikt. Ganz schön groß. Du musst es eindämmen. Wo fange ich an? Einige Echos haben sich gelöst. Finde sie und bring sie wieder an ihren Platz. Wann wir stehen? Nö. Ich hab was. Du weißt, wie es läuft. Du brauchst noch mehr. Was macht das Relikt? Kann ich nicht sagen. Aber die Energieansammlung wächst. Etwas bildet sich da drin. Und was genau? Alles ist möglich. Sieh dir die Wasserfälle an. Sie fließen rückwärts. Es funktioniert. Hol weiter Echos ran. Und wir bringen die Energieblase zum Platzen. Blue. Stell dir nur vor. Die Hymne wird hier drin nutzbar gemacht. Pure Schöpfung. Die Erschaffung war etwas völlig Neuem. Neu und gefährlich. Daran sind die Gestalter schuld. Es ist trotzdem umwerfend. Es ist trotzdem umwerfend. Die borders archivieren. Die Erschaffung wurde hier. Deswegen bin ich glaube, dass der Erfolg der Echosk nicht passiert. Die Erschaffung war etwas. Was ist das? Oh! Schöpfung! Öhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm jeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah… Okay. Ja, ich arbeite. Ich arbeite noch dran. Die Gestalterenergie steigt immer noch an. Das ist nur das Aufwärmprogramm für einen Kataklysm. Fühlt sich nicht nach Aufwärmprogramm an. Ich habe doch gesagt, es ist alles möglich. Aber du musst da durchpartnern. Dann wird es noch viel schlimmer. Alles gesichert, Owen. Gut, ich glaube, wir können es noch aufhalten. Die Reliktfragmente, die rausgeflogen sind. Schlapp sie dir und setz sie wieder zusammen. Ah, zusätzlicher Spaßfaktor. Es ist noch mehr Gesellschaft unterwegs. Ich habe was. Bring es jetzt rüber an seinen Platz. Das Fragment ist drin. Jetzt die anderen. Mach es auch weiter und du überlebst das Ganze. Höchstwahrscheinlich. Oh, und da drin klopft irgendwas. Etwas biologisches. Der kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Okay. Was passiert da denn? Das etwas hat Zähne. Eine ganze Menge. Beeiligt! Wie viele Zähne. Größe ist das wahre Problem. Das heißt? Groß! Okay, das Nächste. Dann los! Vorsicht, alles ist möglich. Ich weiß, ich weiß. Ein Relikt soll mal einen Typen in Luft aufgelöst haben. Er ist spurlos verschwunden. Der hatte weniger Glück, als der Freelancer, dessen Eingeweihe umgestützt wurden. Das nennst du Glück? Für den war es wenigstens endgültig vorbei. Sammerzt. Wie immer. Unlösbare Rätsel, die nur für Gestalter Sinn machen. Nein, Eis blockiert hier alles. Was ist denn die Zeit davon? Der ist ein... Versuche ich ja. Ihm hat das keiner gesagt. Also, Six. Es klappt nicht. Oh, leg dich ins Zeug. Ich hab's. Endlichstens hab ich jetzt ne neue Geschichte. Damals, als ein riesiger Ursdienst aus einem Blick kam und dich fast verschwunden hat. Ja, ein zeitloser Klassiker. Damit ist der Auftrag wohl erfüllt. Wir haben zurück nach Fort Horses. Das war gute Arbeit. So muss es laufen. Bin unterwegs. Endlichstens. Endlichstens. 20 Uhr. Endlichstens. Vielen Dank.